Lame-Boy-Tante auch mal mit dabei. Was ist da unten dran? Dreck? Ach ne, da ist ein Puschel, 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 Puschel. Ja, übergeil, scheiß übergeil. Wir fahren heute hier nochmal in dem Gebiet, der Mitch. Gucken, ob er noch fahren kann. Hier noch ein bisschen Stützräderchen an. Wir machen noch mal ein bisschen Stützräderchen bei dir neu dran schrauben. Ich hoffe, der kann nichts mehr. Wann bist du das letzte Mal gefahren? Richtig gefahren? Eigentlich vor drei Monaten. Gucken, ob er da gerade stehen kann. Oh, guck mal, oh, schon weggekippt. Das ist frühmorgens, ey. Ja, Marcelo, warten wir noch drauf. Der kommt hier gleich ums Eck. Und da drüben ist noch der Andrew mit dabei. Der sorgt heute für den Speed bergab, äh, bergauf. Und bergab auch manchmal. Weil manchmal ist er nämlich besser drauf als ich. Und manchmal bin ich wieder besser drauf. Das ist auch nicht schwer. Ja, ich weiß. Ach, schloch. Okay. Und wie oft war es das Schaltwerk, Kette oder Antrieb, irgendwas? Jetzt kannst du mal nicht. Oh, die Kette scheiß. Mit mir tatsächlich noch nicht. Nee? Nee, nee, nee. Siehste? Dann warst du nicht doof mit dir unterwegs. Siehste? Siehste? So sieht's aus. Letzte, erste Tour mit Marcelo nach drei Monaten. Was war? Kette gerissen. Ja, jungen. Zweimal sogar. Weißt du, schön, bis zum letzten Durchbruch. Ja, das ist das Problem. Ja, aber jetzt ist wieder alles in Ordnung. Ich bin so froh, wenn der bald endlich seine Transmission hat und kein Schaltauge mehr. Und dann gibt's auch keine Probleme. Ich hab noch nie ein gutes Schaltauge gehabt. Ich hab noch ein Schaltauge-Richtwerkzeug, du Lainboy. Das ist der letzte Müll. Das kannst du im Urlaub nehmen. Was ist? Ey, Junge, da haben wir das schon mal drüber. Ich glaub, wir an der selben Stelle hier. Ich glaub, an der selben Stelle haben wir das auch schon mal. Ich hab meine Meinung dazu nicht geändert. Ich hab noch ganz viele Kommentare von wegen, ey, nee, ich bin ja Kfz-Fahrradmechaniker. Wir machen das auch bei Neubikes, dass man ein Schaltauge noch mal ausrichten. Klar, Junge, jeder, der ein bisschen Ahnung von Metall hat, weiß, dass Metall weich wird beim Biegen. Alter, da ist doch Lack drauf. Da ist doch Lack drauf. So, komm, fahr. Das ist alles so müde, Digga. Fahr, 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 fahr. Warte, 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 Moment. Komm, fahr, fahr mal, ich muss ruhig. Was ist hier los? Hä? Puh, rollt wie scheiße der Reifen. Was? Rollt wie scheiße der Reifen. Der rollt scheiße? Ja. Da ist noch ein Reifen. Puh, Hillbilly. Ja, aber weich. Weiß ich noch nicht. Dämpfer hat nicht gekickt. Weiter. 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 Wollen wir mal zeigen, was der Reifen kann. Bleib dir. Bleib dir. Gut. 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 Hallo, wo bleibt ihr? Gut. Gut. Das denn? Da hab ich ja mal was anderes gewohnt von euch. Hallo? Das denn? Das ist hier so eine Rembrandtour geworden, ey. Ich hab das früher mal schnell runtergebracht. Ha! 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 Ich muss die erstmal anziehen, ey. Leute, pass auf. Oh! Das sitzt alles, wo es nicht sitzen soll. Aber hier ist bei der Seite frömen, Alter. Dann platzt der Bauch. Der kommt da hin. Wolltest du das rein und schneiden? Mach doch! Mir doch egal. Ich hab drei Monate fürstlich gelebt. So, Freunde. Wir haben ein ganz wichtiges Detail noch vergessen vorzustellen. Das kennen Sie doch schon. Ja, aber erzähl doch mal was. Das ist mein Kenemo. 180, 180, 29, 29. Einstiger Nachteil bei dem 29 ist, ich hab immer die ganze Seuche hier drin. Weil das so wenig Platz ist. Das ist normal. Dafür hast du aber mal endlich gehört. Aber egal. Aber sagst du, der läuft gut, oder was? Hätte Specialized direkt so auf den Markt bringen sollen. Ich bin sehr zufrieden, ja. Jetzt hast du ja auch Bodenfreiheit, ne? Glaub ich auch, ja. Ja. Ist gut. Federweg, wie immer. Aber ich vermisse meinen Federweg. Vorher nur 160. Ne, was hab ich gehabt? 160, 165. Ach, genau. 160, vor 150, genau. Stimmt. Also Levo ist weg. Levo ist weg. Levo ist weg. Hat trotzdem nichts gebracht. Du Lappen, Alter. Du hast ja drei Monate nicht gefahren, Alter. Der ist den ganzen Sommer gefahren. Der ist im Begging gewesen. Der ist im Harz gewesen. Überall war der. Weißt du, wenn ich heute nichts gesagt hätte, wirst du, ne, komm fahren. Ne, ist klar, diese drei Monate hätten die die ganze Zeit. Guckst du mal hier, wir sind nach drei Monaten gefahren und du Lava Lappe. Ja, ja, ja. Du musst immer direkt in die Fresse hauen. Ne, der ist fast immer sofort rein. Ne, der ist fast immer sofort rein. Na ja. Ich habe bestickt meine Brille. Tja, ich habe extra eine Google auf. Ich habe extra eine Google auf. So. Wir haben einen neuen Trail gefunden. Vielen Dank an die Trailbauer. Ihr wisst Bescheid. Ihr kennt uns, wir kennen euch. Jetzt gehen wir mal testen. So. So. Ihr Mädchen. Können wir? Trietzimmer ein bisschen. Hallo. Klingelingeling. Mein Gott. Ralle. Hallo. Junge, Junge, Junge. Der pickt gleich ein. Ja, abwarte. Kommt. Der wird gut. Ja. Nein, 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 nein. Wir haben uns hier ein paar Hände. Ich habe uns hier nicht mehr Zeit geschlossen. Ja, 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 ja. ja der wird nice das war doch richtig geil jetzt der ist hier eingefahren, schön, da fehlen wir was aber der obere, ich find den super ich weiß gar nicht, was der da mal rumkommt du hast doch keine Kamera um warum nicht ja dann gut gleich drum machen du musst ja auch mal mit auf das Filmchen 500 Kilometer Gewicht ist der Motorplatz ich fahr jetzt auch langsam hier 500 Kilometer? wieder 500, das ist noch lange kein 500 500 Kilometer gewicht auf den ach so dann ist der platt, der macht schon übelsten Geräusche ehrlich jetzt ist doch gut alter ne ist gut ne ist gut ne der bleibt ja noch der bleibt ja noch der macht ja die Tour auch mal kaputt nein nein der gibt nicht auf der macht den Wind und Laut dann kannst du ihn wegbringen der ist so laut, da fahr jetzt zum Hindler zwei Tage, neuer Motor ist er 0,2 oder ne? nein, das ist ein 100 Kilometer ja siehste komm Endo, fahr vor ja 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 ich ja 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 Ja? Special, Alter. Da hat er eine Sägeübung gemacht. Was ist los? Weiter. Wir warten auf die Gemaralle! Ja, so wie David geht, kennt er nicht. Weißt du? Kennt er nicht? Ja. Wow! Die Klarität kennst du nicht alle, oder? Hör mal, ey. Weißt du, er bleibt mittendrin stehen und sagt nur, hält nur an, weil er auf mich wartet. Ja. Ja, ja. Ja, aber jetzt! Ja, das liegt ja mal hier unten, weißt du. Ah, guck, der geht da rum. Alle Mucke, Alter. Bist du da dran bist, ist alles schon weg, ey. Siehst du? Ja, siehst du. Ja, ich kenne die Nummer nicht. Weißt du, Bergwort hat er jetzt endlich mal... Ja, hat er sich jetzt geholt. Schönes Ding. Camper hat er jetzt. Ach, ein Bergwort. Martin! So ein Nugget hat er sich geholt. Okay, fertig. Los! Bruder! Ja, hallo? Ja, hallo? Ja, hallo? Ja, hallo? Ja, hallo? Ja, hallo? Ah, keine Wurzeln! Bruder! Hallo! Die Zentrale ist hinter uns! Die ist doch lange weg von uns! Nee! Doch! Hallo, ich hab Angst! Was ist hier los? Alter, das war mal gefährlich jetzt! Da vorne! Was ist da runter? Ich weiß nicht, oder? Verstanden wir uns? Ja! Die ist wieder hoch! Nee, nee, nee! Das war der nicht los! Ja? Du musst uns bitte alle hinbekommen! Ah, ich hab mich fast in dem Loch da gemault! Ey! Ich war viel zu schnell! Außerdem blieb mal ein Loch drum, ey! Ja! Mow die Dauer kick! H dock mal rein... Ohohohohohoho! Hilbili..? Hilbili läuft! Ralle ist weg! вал den Dicke Backen weißt du?! Ja, mir geht mal weiter! Rolle! Jawoll Junge, wir sind drin! Wo bleibste? Hallo Ralle! Wo bleibst du? Kaum geht es nicht mehr geradeaus, ist er weg, weißt du? Da wo es drauf ankommt. Hör ab! Hör ab! Hör ab! Warte mal ein Schaltwerk oder meine Pedale? Boah, ist hier passiert, Alter! Alles in ganz dünne gewollt! Ich habe Angst vor Schmerzen! Ich komme nicht mehr über den Sattel! Ich bumse meinen Sattel gerade! Was? Ich komme nicht mehr über den Sattel! Wasser nicht! Eine richtige Lampe! Ich hab gekniffen. Ich hab gekniffen. Ich hab gekniffen. Keine Schande. Das ist keine Schande. Der ist da runter gefahren und ist fast gestorben. Ganz komisch. Ich hab mich da ausgefedert, weißt du? Na, ist da gut aus. Bei uns sieht er scheiße aus. Ist egal. Sind wir wach, ne? 40% So, auf gehts. Boah, ist der nice. Oh, haben sie weg gemacht. Krass. Roland. Weiter, weiter, weiter. Weiter, weiter, weiter. Gerade auch. Achso, der ist komplett weg. So, der Rall ist gar nicht blau. Der ist überhaupt nicht blau. Ich weiß nicht, wer das für ein Problem hat. Jetzt wird mir irgendwie schwer betrunken. Aber ich bin ja nicht betrunken. Das ist jetzt richtig. Leider hab ich zu spät aufgenommen. Ey, ich weiß ja, der hat nichts gefilmt. Aber seit 45 Minuten wechseln wir diesen scheiße Akku vor diesem bekackten Specialized-Fahrer. Ey, ey, ey. Was ist das für ein Problem? Ah, ich weiß auch nicht, Alter. Andrew. Andrew hat nur Probleme mit seinem Santa. Nur Probleme. Hat den Akku nicht reingekriegt. Mano macht wieder Probleme. Boah. Kommen wir jetzt endlich. Hier. Astreiner-Tipp. Kalte Finger. Astreiner-Tipp. Gummihandschuhe und Handschuhe drüber. Handschuhe drüber und immer warme Finger. Keine Handwärmer. Gar nichts. So, hier. So. Kommen wir jetzt endlich. Kommen wir jetzt endlich. Da. Jetzt nochmal. Jetzt nochmal. Boah. Alter. Das ist scheiße. Warum? Ja, weil der kacke ist. Erstmal nebelt dir das die Sinne zu. Weißt du, was du da überhaupt nicht inhalierst? Nee. Dampf. Genau, genau. Flüssigkeit, die du in so einem Ding verbrennst. Die du inhalierst, die deine... Oh, Akku rausgezogen. Komm, wir fahren. Fahrt hier mal. Ich mach Pause ein bisschen, ne? Hier ist der Vanillebau wieder. Kamera geht nicht an. Was für ein Scheiß. Hallo. Der Ralle, der ist so blau, Alter. Der Ralle. Der Ralle. Der Ralle. Der Ralle. Der Ralle. Der Ralle. Nein, wir fahren erstmal hoch. Ja, weil wir hochfahren oder eigentlich? Nee, normalerweise. Aber heute nicht. Das ist der kürzeste Weg hier. Willst du denn hin? Da rüber. Der ist nicht der kürzeste Weg. Ralle, umdrehen. Komm, umdrehen. Aber wenn wir die Mühe machen, dann fahren wir hoch. Guck mal, der Ralle, der Ralle. Versuch grad einen Stoppy hier, Alter. Warte, Stoppy? Im blauen Zustand, warte. Oh! Oh! Ralle! Das geht nicht. 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 Der Ralle ist kalt. Oh, Ralle. Ja! Hey, ich krieg gar nichts mit da vorne. Hallo, Ullbart, hallo. Ich weiß nicht, ob ich diesen Trainer jetzt richtig wärmen kann. Ich weiß es nicht. Der Ralle hat 2.0. Da kommen die Lemos da hinten. Mindestens. Hey! Hey Lane Boys! Guck mal, wir fahren jetzt schön besoffen. Besoffen, schnell hoch. Warte mal. Warte. Warte. Du musst runter machen, das sieht doch keiner aus. Nee. Wir fahren besoffen mit Rauchen. Was machst du denn hier oben? Was machst du denn hier? Was machst du denn hier? Wir messen uns gleich bergab. Also, ich fahr hinten. Du fährst vorne, damit du was zu lachen haben. Da geht doch jetzt nichts hin. Ich fahr jetzt ganz easy. Das ist jetzt easy. Schöne Witze machen. Schöne Witze erzählen. Ralle erzähl schon die Witze. Brauche ich nichts machen. Aber hier finde ich den Eingang. Du musst hier eigentlich. Ich zeig dir gleich schon. Aber gleich erst. Erstmal fahren wir den. Erstmal fahren wir den. Das ist Flohkanal. Das ist Flohkanal. Das ist schmaler Akku an. So. Rein, 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 rein. Nein, nein, nein. Warte mal. Wir nehmen wir von oben. Wir nehmen wir von oben. Nein, da sind wir nicht von oben. Natürlich. Nein. Haben wir noch nie gemacht. Wir haben immer den genommen. Die haben wir noch nie gemacht. Bist du bescheuert? Wir sind immer von oben gekommen. Ja, haben wir den ausgelassen. Ja, klar. Ja. Aber jetzt fahren wir hoch und nehmen den nochmal komplett. Nein. Wir machen den komplett. Was ist los mit euch? Wir sind Lame Boys. Ich habe schon einen Balken weg. Du hast einen Balken weg? Ich habe schon 77% oder? Ach du Scheiße. Ich weiß es auch. Was? Ich habe auch noch 80. Ja? 80? Weißt du, ein 700er? Was hast du? Ja, komm. Du hast den. Den weh schon gar nicht. 7,25 hat der. Nein, nein, nein. 6,35. 6,35. 7,80. Er hat sagt, wollt ihr hier rein? Immer. Ist egal, wie ihr wollt. Wenn wir einen Aqua haben, fahren wir nochmal hin. Ja, Ralle. Ja, los. Na, ran. Aber ich fahre hinter euch. Aber ich fahre hinter euch. Aber ich will auch gerne nach vorne sehen. Auch wenn du schön tanzen kannst. Ja, so. Ralle ist auch bestimmt ein guter Ficker. Ja. 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 Aber das ist so eng jetzt hier. Warte mal. Ralle gönnt sich mal ein Weintchen zu Hause. Ja, ja. Eng. Ja. 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 Warte! Warte! Boah! Ich bin voller Klick, Alter! Guck wie Lame der Typ ist, Alter! Komm, fahr schnell! Man sagt halt, ich bin Lame Boys! Ja! Mach uns gut, Rade! Mach uns gut, Rade! Hey, ich hab Angst hier! Ich hab Angst hier! Meine Gedenkstätte! Die Gedenkstätte! Was? Was? Boah, hinter der Ralle kann ich mich ausruhen, das ist schön! So gefährlich in der Ralle, ey! Mann, lass mal die Bremse los! Gefährlich in der Ralle, Alter! Oh Gott, ey! Ich brauch noch drei Apfel! Ey, das war echt zu viel! Das war echt zu viel! Da geht gar nichts mehr, ne? Da kannst du nichts mehr machen! Was? Klar! Klar! Was? Ja! Ja! Ich will dich schwer jagen! Ich will dich schwer jagen! Ich will dich schwer jagen! Ich bin auch gut jetzt! Du hast doch zu viel! Ich guck rüber und dann seh ich das Bild! Ja! So! Komm! Also ich mach jetzt jetzt keine Regisse! Nee, komm jetzt! Komm, fahr jetzt! Komm, fahr jetzt! Komm, fahr jetzt! Du kannst dich nicht jagen! Los! Füßchen! 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 Boah! Füßchen! Füßchen! Das war eine Schleifspur jetzt! Weiter, komm! Alles gut! Weiter! Voll weggegeten! Auf den Blättern! Auf den Blättern! Auf den Blättern! Boah! 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 Weiter, alle! Ja! Versuch! Boah! 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 Woohoohooo Boah Pichiguchi Oh da Ohhoho da war ich zu langsam ich hab mir die Eier geprellt ich hab mir voll die Eier geprellt ich hab mir die Eier geprellt ich hab mir die Eier geprellt ja wir fahren jetzt so neue Trail neuer Trail da ist Mitch ein Dingens Trail hier sein Pimpel Trails kann er hier rumpimmeln hier guck der Dicke ist platt der Dicke ist platt der Dicke kann nicht mehr was für bergauf hier ist kein Bergauf Schauordu hättest du die jetzt herbert oder lins? lins! er kennt sich ja nicht an wie j ich weiß desto alleged wie du den processors es ist glatt alter wo ho 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 hey boy Komm, leg dich hin rein, Michi. Leg dich hin, Alter. Jetzt sind wir ausgeschlafen, Alter, jetzt sind wir ausgeschlafen. Aber das tut gut jetzt, so ein bisschen Erholung von euch. Jetzt sind mit dem Bein die Haut da drüber, Mann. Jetzt kommen sie wieder hoch. Jetzt liegen sie da. Die fetten Walröster auf dem Boden. Jetzt kriegen sie den Arsch wieder hoch. Das hat gut die Pause jetzt. Zehn Minuten noch jetzt gewartet, Alter. Hoffentlich werde ich nicht so leid, wenn ich so alt bin wie er, Alter. Schlimm, ne? Weißt du, was schlimm er ist? Er ist ja ein cooler Typ, aber der hat so dicke Backen. Ja, ja, ja. Das ist das Problem. Von dem habe ich wohl die dicken Backen bekommen. Von uns nicht. Von wem habe ich ihn wohl bekommen? Ich habe Respekt vor dem, was er macht. Ich habe auch total Respekt vor dem, was du machst. Auf jeden Fall. Fährt mega gut, ey. Okay. Über den Weg rüber? Ja. Und in der links rüber, so geht der geradeaus. Was? 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 Boah. 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 Der ist rutscht wie Sau. Und der Lorenz ist mit uns. Rüber hier los? Ja. Ja, weiter. Ganz runter. Super. Der ist runter. Über den Weg. Ja, ja. Innen schon drauf. Innen schon drauf. Weiter. Boah, Alter. Jawoll. Jawoll. Was machen? Geile Scheiße. Und jetzt da runter? Ja, das ist der Alte. Welcher Alte? Das ist der Alte. Der ging immer schon hier. Ja? 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 Du hast gut? Alles klar, hast gut. Ich bin auch gerutscht. Das ist doch nice, oder? Der ist griffig gewesen jetzt. So, wir gehen gleich. Der war jetzt noch fertig. Der war jetzt nur sehr slippery. Los, Ränder. Immer Stress. Jetzt. Fährst du? Boah. Ja. Ja. Das ist egal, ne? Ja. Der ist immer gerade runtergefahren, oder? Ja, wir müssen da lang. Ja, warte. Ich werde euch hier richtig viel da hochfahren, wo wir gerade anders hingefahren sind. Ja, von hier zur Sternwarte. Äh, von hier zum Kinderheim. Ja, okay. Das geht ja. Hier ist noch einer. Jo, Alter. Hier ist noch einer. Der geht nicht. Nee, er schafft nicht mehr. Schaff ich nicht mehr. Und die Straße. Das ist nur ein kleines Stück hoch. Guck mal. Das ist nur ein kleines Stück, sagt er. Jungs, das ist ganz da unten. Wir müssen noch einmal hoch. 3 Prozent. Geil. Jetzt geht er wieder nach unten. Über drei Etagen. Ja. 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 Boah. Hier, Alter. Jetzt. Oh, tricky. Aber richtig aufgebenbar. Ich hasse aufgebenbar. Ja. Alles fresh. So, Leute. Wir sind fertig. Hat Spaß gemacht. Mitch ist ganz schön platt. 2.000 Höhenmeter gemacht. Ja. Wir sind fertig. Wir haben richtig Spaß gehabt heute. Der Rall ist wieder nüchtern. Leider. Stopp nüchtern. Aber vorher. Ja. Aber vorher. Also er hat schon ordentlich gesoffen. Vor allem das Geilste ist, Mitch hat seinen da hingestellt. Und dann nimmt er den und eckst ihn auch noch weg. Hat den einfach beklaut. Ich war gerade im Klo. Ja. Ich würde eher sagen, er hat die Weibes vermisst. Ja, richtig. Das saufen vor allem. Das war ein richtiges... Mit uns ist es immer ein Erlebnis. Wir sind weg. Mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.